Oh, wir sind gekommen. Okay, ich gehe jetzt zur Yashiro-Kommission, um über Zayus' Missionsordnungen zu fragen. In der Zwischenzeit, bitte seh ein Blick auf sie. Sayu, du kannst anfangen, um sich zu warmen. Obwohl es oft für mich schwierig ist, werde ich sicherlich keine Probleme für den Gehörer geben. Entstanden? Ja, Frau. Gut, sie ist weg. Puh, für heute noch mehr Arbeit. Eigentlich habe ich dich geholfen, um zu helfen. Keine Chance, um zu viel Detail zu gehen. Die Schrein-Mäden ist unglaublich. Als sie auf meine Tracks aufhört, ist es fast nicht möglich, mich zu schicken. Aber du bist auch super-Skilled, also vielleicht kannst du mir helfen. Hä? Du meinst, du wirst jemanden nicht zu schicken, in einem Moment, der sterben braucht? Alles, was hier passiert ist, ist krühe und involuntäre Arbeit. Ist es falsch, um zu schicken, um zu schicken? Wie kann ich sonst noch auf meine Tracks aufhört? Ich bin nicht unverantwortlich. Ich wollte schon immer mal fragen, warum du so besessen von dieser Schlafsache bist. Nichts? Es gibt viele Vorteile zu schicken. Man kann sich die Energie zu schicken, zu schicken, zu schicken, zu schicken und zu schicken. Aber das ist wichtig, schicken zu schicken. Und ich habe viel zu schicken. Das stimmt. Aber es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Wachstum und einer Menge an Schlaf, die man bekommt. Natürlich ist es. Habt ihr gesehen, dass jemand plötzlich größer wird, während er schläft? Es passiert immer. Aber ich glaube, es klingt so schade, wenn du darüber nachdenkst. Ach, egal. Je länger ich mit dir spreche, desto mehr wirst du mich nicht mehr davon überzeugen. Außerdem, was ist falsch, wenn du ein bisschen mehr Schlafstuhl? Oh, oh, oh. Siehst du? Ich bin schon verrückt. Genau. Am Anfang wollte ich nur so schnell zu schlafen, wie möglich. Aber als ich zu schlafen habe, immer wieder zu schlafen bin. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Aber mein Gehirn fühlt sich noch zu schlafen. Ich bin schlafen. Ich bin schlafen. Arbeit ist die letzte Sache auf meinem Gehirn. Vielleicht kannst du mir helfen. Auch wenn ich noch mehr schlafen habe. Ich habe keine Gehirn. Any ideas? Denn nur durch schlafen kann man nicht größer werden. Und ich denke, es ist der Mangel an Qualität hochwertigen Schlaf, der deine Körpergröße kaum verändert. Soll ich das noch befeuern? Ja. Hä? Du sagst, es gibt einen Weg, um größer zu werden, während ich auch schlafen bin? Ja. Du hast doch einen Punkt. Hm. Hm. Wie groß ist dein Appetit normalerweise? Es ist nichts compared to the adults. Just a little food is enough to make me full. Ich mag es meistens, die Früchte zu essen, als die großen, füllenden Dienste. Aber ich denke, ich verstehe es jetzt. Mit mehr Nutrienten können die Menschen größer und größer gehen. Aber wenn jemand viel essen kann, dann ist es die Samara. Ich sollte ihren Beispiel folgen. Ja. Man muss nicht unbedingt so kräftig sein. Hehe. Ich denke. Wir gehen in die Stadt und finden etwas, was zu essen. Aber du kannst nicht überall gehen, wenn sie rum ist. Jetzt ist unsere einzige Chance. Ich weiß nicht warum, ob ich die Dinge jetzt mal mit nehme. Ich brauche mehr von den Blumen. Kann ich so viel überhaupt aufstellen, ohne dass das voll wird? Ähm, dann und dann. Wir gehen zu dem einen Ding, oder? Ja, dachte ich mir schon. Wir gehen zum üblichen. Ja, ist das nicht zu viel? Ja, stimmt schon. Es ist Zeit für mich, um die Dinge in meine eigene Hand zu nehmen. Wenn ich nicht mehr zu essen, wenn ich mehr zu essen, dann trotzdem haben wir Zeit, um etwas anderes zu probieren. Ich habe immer eine proaktivische Beziehung, um größer zu werden. Ich kann sogar überraschieren, wenn ich mich nicht mehr zu essen. Speaking of das. Ich kann nie sehr viel essen in einer Stadt. Ich dachte, ich kann versuchen, was meine Grenzen sind. Aber wenn ich es nicht mehr zu essen kann, würde ich mir helfen? Ach, nein. Das ist nicht gut. Ich muss positiv bleiben. Ich weiß, dass ich es alles kann. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Jaja, danke. Damit muss ich nicht überraschieren, dass ich nichts mehr zu verraten werde. Das Essen wie das zu essen, wird mir direkt zu werden. Kannst du das? Vielleicht werde ich eine ganze 6 Ince gewinnen. Ja, du bist vielleicht richtig. Okay. Lass uns alles aufhören und herausfinden. Ich bin okay. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay. Zeit, um etwas mehr Dango zu essen. Dango. Dango. Ja, mehr Dango. Was denn? Ich denke, die Dango machen eine Schwirl-Reaktion in meinem Mund. Du hast offensichtlich viel zu viel gegessen. Ich verstehe es einfach nicht. Warum muss das Größte so schwierig sein? Lass uns weiter. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Vielleicht könnte ich noch etwas anderes Essen versuchen. All das, was wir gerade gekauft haben, ist eine Schwirl-Reaktion in meinem Mund. Ja, ich verstehe. Erinnere mich, nicht zu schnell. Uff. Meine Mund tut mir. Ich bin jetzt wieder zurück. Gehen wir zum nächsten Restaurant? Okay. Mal schnell mit der A, äh, mit einem kleinen Ninja essen gehen. Ich dachte, wir machen Pause. Ich dachte, wir machen Pause. Ich dachte, wir machen Pause. Das ist ein Essen. Wenn wir es enden, dann können wir noch ein anderes Essen kaufen. Das wäre ein besserer Plan, nicht wahr? Nein. Uh, warte. Okay, ich will nicht, ich will nicht verraten. Einige Dinge können nie geschafft werden, bis du dich selbst zu schlagen kannst. Wenn ich nicht mehr essen kann, dann können wir immer einen Tee kaufen. Ich hoffe, ich werde nicht zu dick. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ninja muss schnell auf ihren Füßen sein. Es wäre schrecklich, sich in einem tiefen Passage zu stecken. Aber mein Körper fühle ich mich, um zu grüßen und alle Nutriente zu dem richtigen Ort zu bringen. Ich habe schon so viel gegessen. Ich kann mich jetzt nicht aufgeben. Eigentlich wollte ich dir schon lange helfen. Nein, warte einen Moment. Lass mich denken. Auf der zweiten Idee, lass mich versuchen, mehr zu essen. Ich werde noch mehr essen. Ansonsten fühle ich mich nicht, dass ich meinen besten Schuss habe. Ich sollte zumindest noch einen mehr essen. Dann nenne ich es nicht mehr. Ich werde nicht mehr versuchen, zu essen. Okay, hier geht's. Sayu? Wo bist du, Sayu? Komm aus, diese Ingenie! Wieso er uns schon wieder hat, Alter? Uh-oh. Es ist der Schreinmaiden. Nicht gut. Wir waren zu lange draußen. Sie kommt diesen Weg. Was müssen wir tun? Es gibt nur eine Option jetzt. Ich werde sie weg von hier. Und versuche, die Frau auf meinen Träumen zu machen. Wir treffen uns hier später. Ich werde einfach wegfallen. Und... Oh nein. Mein Tummi. Es ist zu voll. Wie sie sagt. Mein Tummi. Zu spät. Mit vollem Magen läuft sie schlecht. Alles in Mars. Sayu ist dein Fluchtmeister. Doch diesmal hat es nicht geklappt. Wie geil, Alter. Ist das schön. Ähm. Ist eigentlich davon abraten, übermäßig viel zu essen. Ach, ist das geil. Ich liebe es. Diese Dinger sind einfach nur geil. Gib es auf. Harte Arbeit zahlt sich aus. Energieschub. Oh. Oh. Ist das nicht zu viel? Ah, es sind Haken dort. Und in dieser Hinsicht bist du ziemlich besonnen. Ich glaube, ich habe immer eine proaktive Beziehung genommen. Ich kann sogar meine Schlafzimmern übernehmen, wenn ich es braucht. Speaking of which. Aber... Das ist das selbe. Mehr essen kannst du. Kann ich sorge, ich werde dir helfen. Optimistisch. Ich denke, es ist nur ein bisschen voll. Klingt nicht gut. Aber wenn das... Okay. Dango. Ja. Was denn? Hoffentlich ist es zu viel gegessen. Das Gefühl, dass Essen deine Gesundheit beeinträchtigen kann. Also versuchen wir es was anderes. Aber sind es noch andere Optionen? Ich habe nie gedacht, dass das Essen so schrecklich sein könnte. Oh. Aber, glaub mir. Ich weiß bereits alles, was es gibt, um das Training zu trainieren. Hm. Du hast ja auch einen Punkt. Jetzt, dass ich darüber denke, der größte Ninja, der Shumatsu-Bahn, scheint immer, ihre Ninjutsu zu trainieren und sie akzeptieren sehr schwierige Herausforderungen. Nein, nein. Das kann nicht sein. Eigentlich... Ich habe nicht einen guten Balance von Schlaf und Training gehalten. Aber das ist, weil ich oft schlafen fühle ich oft, als ich energetisch fühle. Hm. Ich verstehe es jetzt. Ich muss mehr Training mit dir machen. Abenteuerung, Kombat... Ich muss es alles machen. Entschuldigung, meine Eves-Strapping, aber hast du gesagt, dass du in die Abenteuerer-Gilde gehst, um eine Kommission zu nehmen? Ja. Es scheint, als ob sie unsere Restaurant-Staffen zu trainieren. Ich hoffe, dass du das verstehen kannst, wie schlimm die Situation geworden ist. Diese Sache hat eine wirkliche Rolle auf unser Geschäft. Ich habe bereits die Kommission zu Catherine verabschiedet. Vielleicht kannst du uns helfen? Treasurer-Hoarders, hm. Well, Bad Guys sind die besten Praktis-Targete für Ninjutsu. Gut, dann gehen wir und klären das. Gut, dann gehen wir und klären das. Du hast meine Dank. Let me show you where the treasure hoarders have been most active these days. Okay, Schatz-Räuber-Vermöbeln ist eins meiner Hobbys. Ich denke, wir sollten es ändern. Diesmal ist ein bisschen leer. Ich denke, wir sollten es ändern. Diesmal ist ein bisschen leer. Schatz-Räuber-Hoarders. All that food we just ate, is weighing me down a bit. But I think we can still handle them. Ach so, ja, ich muss ja 5 drücken. Hä? Doch da, 5. Oh, das waren ja noch mehr. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Nein. Es ist all dem großen Bruder's fault. Just as I was taking care of the last of them, he charged straight at me. Oh. I moved back to dodge him. But he was too tall. As he reached out to grab me, his hand landed right on my head. It's over. It's over. All that hard work for nothing. He crossed the line. No. Everyone knows, that if you try to grow taller, you can't be touched on the head. Of course. I'll never let anyone touch my head. Who knows how much I'll have to eat and sleep, or how much training I'll have to do to make up for it. Das hat damit nichts zu tun. Oh. It's a real bummer, you know? I see you're just trying to comfort me. Thanks. It's not fun to be patted on the head. But what's done is done. There's nothing I can do about it now. Just forget it. I give up on growing. I'm not gonna grow any taller today, that's for sure. Sorry. I don't want to bum you out with my terrible mood. I should probably just go back now. The shrine maiden is going to give me a real earful. Might as well get it over with. I get it. I'll try to look at the bright side. I was too anxious about growing, and now I'm being punished by the Archons. No. No need. I don't want to trouble you anymore. Maybe my stunted growth is tied to my bad attitude more than anything else. Getting you involved any further would just be a waste of your time. something like this. Huh? The feeling of growing? What do you mean? Oh, hi. Oh, hi. Stell dir vor, wenn du größer wirst, kannst du Dinge hoch oben anfassen und weiter sehen. Ja, das ist genau das, was ich hinterfahre. Dann komm mit mir mit. Hä? Gib mir Zeit an, etwas über den Ort um euch zu entspannen. Äh, alles klar. Da können wir schön da oben hin porten. Und dann können wir nübergleiden. Die werden sich mittlerweile auch immer denken, also unser Raiden Shogun ist mittlerweile überall unterwegs. Vorher hast du jahrzehntelang mehr gesehen und jetzt dann... Du hattest mich auf der Weg hier, du weißt. Ich habe wirklich gefragt, ob du mich zur Kamisato-Residence oder zum Schrein gebracht hast. Aber du warst nicht schuldig. Ich kann mich viel weiter von hier sehen. Irgendwas fühle ich mich ein bisschen besser, nachdem ich so hoch komme. Ich habe das, was ich selbst... Nein, nichts besonders spezielles. Ich würde einfach gerne gehen in die Wurzeln und holen etwas Brüte aus den Wurzeln, ohne zu spüren oder zu finden, was zu spüren. Nur das wäre genug, um mich glücklich zu machen. Ich würde auch gerne schwimmen im Wasser, das jetzt zu tief für mich ist. Und niemand wird mich mehr verletzen, weil meine Züge nicht auf den Boden bemerkt werden können. Oh, oh, und ich werde auch mehr essen können und verstopfen, die ganze Zeit zu verletzen. Oh, und nicht zu erwähnen, ich werde auch mehr frei werden. Ich werde auch nicht zu haben, eine Guardian zu sehen, und die Schrein Maiden nicht mehr beherrscht. Ich werde auch noch mehr beherrscht. Ich werde auch woher, woher ich will, und schlafen woher ich will. Haha, ich denke, keine Ahnung mehr zu verratzen. Das wird der Tag. Es ist kein einfaches Abenteuer. Hm, siehst du? Du siehst mich immer wieder in der richtigen Stimmung. Hm, wer weiß, vielleicht werde ich einen Tag noch größer sein. Warte, bis ich noch größer bin. Du musst nicht mehr über mich über mich. Ja, du bist richtig. Danke. Von jetzt auf werde ich hohe Pläne mehr oft besitzen. Sie arbeiten wirklich als Mirakel. Hä? Was meinst du? Oh, ich verstehe. Also was soll ich machen? Hä? W-W-Waah! Obwohl ihr Pläne größer zu werden nicht reibungslos verlaufen sind, hast du ihr zumindest geholfen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Hahaha, das Bild war geil. Wie ich das gesehen habe, dachte ich mir, ey, das will ich sehen. Wie ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich will es sehen. Macht wenig Sinn, aber ich wollte es selber bei meinem Account sehen. Mach schon mehr Sinn. So, und was wir jetzt haben? Das ist eine Zeitherausforderung. Dum, 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 dum. Oh, ein Absturz. Aaaaah, knapp daneben, alter. Knapp. Nein, was machst du denn? Das kann natürlich so auch funktionieren Du musst doch trotzdem kurz warten Wie viele von den blöden Punkten habe ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich meine, ein paar Sachen habe ich doch jetzt gemacht Kriege ich da eigentlich überhaupt welche? Wow, sechs Stück Ähm, da Geschaut, ging fix Bei denen kriegst du wenigstens zwei und die sind auch schneller zu finden Wollte ich noch irgendwas machen? Die da unten noch Was war das jetzt? Ach, das ist so Unsinn Zu schleifen Naja, stimmt, das war das, wo ich da in die Mitte musste Was gibt's noch? Ich bin jetzt gespannt, was eigentlich noch alles kommt jetzt dann Ich meine, jetzt kommt da noch, irgendwas kommt noch Ankündigung 20 Tage 20 Tage Ja, stimmt, mit 18 Stunden Ja, 21 Tage 14, 21 Jahre Rechne das heute nicht meine Stärke Merke ich schon Okay Bleib mal locker Ja, das muss ich machen Zeit für die Lichter, Joey! In der nächsten Folge... Ich kriege die Raiden einfach nicht auf 10. Das dauert so lang, ey. Das kam vor dem, oder? Ah ja, das hab ich gemeint. So, jetzt halt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.